Also, ich hab einen hinter dir, nee, das ist, alter, 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 mach keine Scheiße, ey, mach keine Scheiße. Oh, das war jetzt, das fand ich jetzt ein bisschen witzig. Ich hab mich hier erschrocken, ich wollte schon sofort draufhauen, ey. So, er hat auch noch, wie viel hast du gefunden da, Kanta? Ja, das heißt, ich, wir hatten ja Diamanten, wir hatten Diamanten im, nee, ich hab ja sechs, acht rausgenommen. Also, meinst du, es würde jetzt Sinn machen, das Schwert zu verzaubern? Also, wenn das, also, also, auf jeden Fall, also, umso schneller, dass so ein Viech tauchen bekommt, umso besser, weil nach jedem Schlag teleportiert er sich ja weg. Ja, ja, schon richtig. Mein Schwert ist schon ein bisschen angeschlagen, das ist schon mal schlecht, aber. Ähm, gib mal auch mal ein Schwert, oder lass mal auch mal ein Schwert machen. Haltbarkeit, Scheiße, das bringt natürlich gar nichts. Am besten ist, nur so als Tipp, für den, für's End ist am besten ein Schwert, was Feuer hat, weil wenn du die mit Feuer anzündest, dann teleportieren sie sofort weg und bleiben auch weg. Was, was brauchen wir? Du brauchst jetzt, leg mal dein Schwert rein. Hab ich. Was kommt raus? Ja, was brauchen wir? Stärke. Stärke oder sowas so. Unbreaking 1 und Fire Aspect 1. Mach mal Fire Aspect, bitte. Was brauch ich denn dafür? 15 Level? Ah, ist Lapis. Gib mal her hier. Ja, das ist scheiße alles, der Rest. Ich hab jetzt Fire Aspect 1. Das ist gut. Leg mal meins bitte rein. Ja, warte, gib her. Hast du denn noch Lapis? Äh, ich hab hier vorne noch was liegen, ja. Gut. Jetzt hab ich sogar noch ein Diamantschwert, warte, warte, was brauchst du? Lol. Ah, das ist von, das ist von ihm noch, ne? Ja. Unbreaking Bono ist einfach Käser, das ganze Zeug. Ja, das war ja. Warte, warte, warte. Ja. Okay, warte, ich glaub ich muss das raus, äh, legen. Ich hab irgendwie zweimal das gleiche gehabt bei den Schwertern. Ich glaube, das war deins. Ja, ich hab, ich weiß jetzt nicht, was ich mit meinem Schwert machen soll, ehrlich gesagt. Na, ich auch nicht. Das beide hat, genau die, die beiden Schwerter haben genau das gleiche. Ich baue auf jeden Fall jetzt noch mal das. Ja, ey, die hat noch so viel Holz. Ja, hier ist das. Achso. Ähm. Ähm. Ich baue auf jeden Fall jetzt noch eine Spitzsacke. Ne, und deine, wie viele Paar Schuhe brauchst du eins? Ich hab einen Iron Booter, ich brauch noch ein paar mehr. Ich brauch noch ein paar mehr. Überher damit. Ja, eins hab ich noch. Ich baue mir jetzt auf jeden Fall erstmal eine Spitzsacke aus Diamant. Damit die man das liebt. Ich glaub, ob ich Protection kriege. Immer ist das Inventar voll, ey. Doch, Scheiß. Protection 3, aber ich kriege mit 30 Leveln, aber... Ja. Hab ich nicht. Hast du noch ein paar Boots? Das ist echt krass, wie nah wir eigentlich nebeneinander leben, hä. Wenn man so von oben rüber fliegt, ist echt voll nah. Also, dass wir uns dann in die Quelle gekommen sind bis jetzt. Hast du noch ein paar Boots? Ja. Oder ein bisschen Eisen? Ja. Danke dir. War es noch eins? Ich hab glaub ich mein Diamantschweck gerade weggebrochen, oder? Ne, hab ich nicht. Was hast du gerade gehört? Brauchst du noch ein paar. Guck mal, was das bringt. Das ist ja wieder so ne Sche... Ich hab das Gefühl, das ist immer das gleiche Mal. Ach, wir müssen mal die Dinger abbauen, warte mal. Bau mal die Dinger hier ab. Nicht die 30er. Nein, das ist doch egal. Wir brauchen nicht die 30er Level Dinger. Ist doch egal. Ja, wieso? Wenn sie da sind. Ja, warum? Ich hab jetzt ne 30er Level. Das brauch ich doch nicht. Ich brauch mehr kleinere. Ist doch egal. Ja, die kriegst du doch auch. Egal, das hängt doch auf, wie viel du da reinlegst. Verarsche. Ich brauch bei meinen Iron Boots, ich hab grad 6, 11 und 30. Oh, ich hab Schärfe 1. Ja, wenn du die abbaust, hast du dann irgendwie 5, 2 und 1 oder sowas. Ja, eben. Ja, das ist schon besser. Ja, ich weiß nicht, was der grad labert. Bisschen zeigt man nämlich Protection 1. Das hat er doch selber vorgeschlagen. In der, keine Ahnung, ersten Folge oder so gefühlt. Ja, weil du ja gesagt hast, du wolltest auf Level 30 verzaugeln. Nein, hab ich doch vorhin gesagt nicht mehr. Ich glaub... Ja, mir sitzt der Glieder... Jetzt hab ich doch schon nur noch Scheiße wieder hier im Optiken dran, ey. Ähm, Enderman-Suche. Ja, lass uns das auch mal machen. Ich hab Iron Protection jetzt hier Boots 2. Wobei, nee, lass uns Blaze Roads farmen, oder? Ja, klar. Dann kriegen wir noch ein paar Level vielleicht. Ja, Blaze Roads. Aber nehm irgendwie bei Instant Hero Potions mit, ne? Ja, ja. Ich hab 5 Stück jetzt. Naja, was ist denn Instant? Ist das Splash? Ja. Ja. Dann hab ich 5 Stück dabei auch. Ich sag halt Instant, weil es halt direkt daneben wird das komplett aufholen. Na dann, Fred, ähm... Warte, da hab ich noch was. Äh, Spitzhacke, Spitzhacke. Hast du noch eine Spitzhacke? Direkt unter euch auf den Boden werfen. Darf ich... Ja, ich war ja so blöd und hab das falsch gemacht. Kann ich mir die Diamantspitzhacke mitnehmen? Oder brauchen wir die? Hä? Welche Diamantspitzhacke? Na klar, drinnen. Dann hab ich mir jetzt einfach genommen. Äh, kannst du mir die mal geben? Bitte gib mal wieder. Das hat jetzt eben gebaut. Hier. Hast du gar nicht gefällt, welche Diamantspitzhacke? Ja, nimm dir das Eis und bau dir noch eben welche. Haben wir noch Sticks? Ja, warte. Ja, hier hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. So, Fackeln hab ich jetzt. Ein paar Stacks, das muss auf jeden Fall auch reichen. Mach dir auch noch ein bisschen was zu fördern. Äh... Holz nehm ich mir noch mit. Da hab ich eine verdammte Wasserflasche dabei. Weg damit. Pfeile hab ich auch erst mal genug. Pfeile hab ich auch erst mal genug. Pfeile hab ich auch noch bei, ist okay. Verdammte Axt. Oh ja. Gut. Warte mal, vielleicht brauch ich noch was zu essen. Aber ich, äh... Ja, mach mal. Ich geh mal irgendwie ganz kurz pinkeln, weil ich muss total, äh... Kannst ja gern schon mal reingehen, aber ich komm dann nach. Äh, Max, dann bist du bei die Netherfestung dann ganz einfach, ne? Mach ich? Äh, oder? Was mach ich? Netherfestung, was? Bei die Netherfestung dann, also... Okay, nochmal. Ich hab dann... In die Netherfestung rein? Ja. Ja, genau, ne? Ja, ja. Wurde am meisten Sinn machen, ne? Ah, jetzt geht das mit dem Gesuch hier wieder los, ey. Oh mann, oh mann, oh mann, ey. Das... Jetzt kommt so eigentlich dieser nervigste Teil. Es ist immer dieses... Man kann's vergleichen mit irgendeinem Game, wo dann die Level zum Schluss ein bisschen nervig werden, um zum Ziel zu kommen. Also dieses Enderperlen suchen und dieses, ähm... Ja, Blazeworlds-Type. Okay, das geht rein. Wie viel brauchen wir? Ähm, wir brauchen... Also wir brauchen für das Portal... 15 fürs Portal. Fürs Portal. Nee, 12, oder? 12. Genau. Ja. Und dann halt eben zum Suchen, also ich würd schon mindestens 90, äh... Wobei du ja überlegen musst, du kriegst ja aus einem Blaze, kriegst du wieviel raus? Pff, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Halb Dark vorhin alle. Ich glaub zwei Minimum. Ich glaub zwei Minimum. Ja, ich denk mal zwei, ja. Aber das ist ja egal. Ich mein, ob da jetzt ein, zwei ein Wert wird, ist das dauert nicht so lange. Aber dieses Enderperlen suchen an sich, das dauert halt so ewig. Weil nicht jeder Enderman eine droppt, ne? Das ist halt schon mal die erste Sache. Ich trinke jetzt erstmal meine Geheimwaffe. Deine Geheimwaffe? Jetzt kommts. Eiskaffee. Sag mal wieviel... Ah, das tat gut, ey, ohne Scheiß. Da, wieviel hattest du denn vorhin die, die, als du die Blaze-Dinger aufgemacht hast, wieviel sind da rausgekommen? Ah, zwei oder eins? Na für jedes zwei halt. Ja, ja. Wollt schon sagen. Ah ja. Wenn ich denn hier bitteschön. Ist dir einen anderen Weg runtergegraben? Die ist noch ein anderer Weg runtergekommen. Ich glaube die haben sich runtergegraben nochmal extra. Aber ich will jetzt nicht unbedingt hinterherlaufen. Also die sind gerade alle, die sind gerade alle draußen übrigens, also. Und suchen nach Ender. So, das ist das Portal. Wo ist denn Geier hier hinten? Also die suchen jetzt erst nach Endermänner und noch nicht die, die, die Festung, ja? Die suchen nach Endermänner, die haben ja noch keinen Ender. Weiß man denn nicht? Ne. Ich baue, ich baue den Spawner gleich auch ab. Hehehe. Den, den Bladesrod? Ja. Ja, finde ich okay. Finde ich legitim. Lustig, dass du dich einfach einfach lustig beschwert hast darüber. Nein. Ja gut, das war ja auch bevor die die ganze Scheiße zugebohrt haben, ne? Ja, das stimmt. Also ich, ich, ich sehe nichts. Also du kannst machen, was du magst. Ich finde es halt so krass. Nein. Jetzt schon seit fünf Minuten hier durch die, durchs Land sind. Du findest, Endermänner findest du fast nicht. Genau. Genau. Das ist halt, das ist halt. Musst du dich nicht einfach auf eine freie Fläche stellen und ein bisschen hochbuddeln? Was? Hochbauen. Echt? Ja. Du musst dich ja sowieso auf drei Blöcke bauen. Du kannst die Dinger auch einfach auf fighten. Ja, aber du kannst die Dinger auch einfach auf fighten. Ja, aber wenn du auf drei Blöcke baust, kriegst du safe keinen Schaden. Eigentlich. Ja, ist ja. Ne, da musst du aber warten, bis die mal herkommen, weißt du? Also, Dark, ich bin jetzt in der Fustung, ne? Hinter dir fast. Also fast. Ich bin gleich da. Meine Orientierung ist ja so scharf wie ein Vulkan. Ne, so heiß wie ein Vulkan. Ein Vulkan ist scharf. Ist interessant. Ist ja spitze. Das ist, äh, Mann oh Mann. Ah ja, steht dein Name, Fred. Gut. Ich glaube, es war auch in dieser Richtung, wo noch welche waren. Ähm, ich wär... Nicht eher die andere Richtung? Äh, nee. Wo war denn der Spawn? Ich glaube, der war in der andere Richtung, oder? Mann, oh Mann. Ja, gut, es geht rein. Spielst du dir den brandernslichen Laden? Ne, ne, hier war es nicht. Es war in der anderen Richtung gewesen. Oh, der ist ein Wizard, Vorsicht. Noch einer. Mag ungern schießen. Ich kenn doch den Wizard gar nicht. Ist der tot? Das Gegner die Maxi, die ihre erste Ender-Perle erbeutet. Redler, sicher das hier lang geht? Ich weiß es nicht, nö. Ja, in eine andere Richtung, glaube ich. Da haben wir die ursprünglichen Blazes gekillt. Ja, gut, aber... Und da ist ein Spawner auf jeden Fall dann. Ja, dann müssen wir da hin. Ja, dann müssen wir da hin. Soll ich wieder ein bisschen? Also, ja. Müllte hat noch fünf den Herzen, aber das macht ja dir nichts mehr aus. Die Herzen sind total irrelevant, wenn du nicht unbedingt gerade 1000 Meter runterfällst. Was hast du nochmal auf deinem Schwert verzaubert? Äh, Fire Aspect. Nicht schlecht. Äh, Jungs, ich weiß, wo einer ist. Ja, wir müssen einfach geradeaus laufen. Sicher? Ich weiß auch, wo der ist. Ich hab ihn vorhin schon lange gesehen. Ich war mir immer sicher, dass das hier irgendwo rechts war oder so. Wo seid ihr denn jetzt? Der Brücke. Achso, ne, ich... Hier runter? Ah, genau, Leute, jetzt... Warte, nein. Nicht runter, ne? Weiter geradeaus. Geradeaus und dann aber rechts. Ja, wusste ich doch. Wo... Wo da kann der S? Ja, nicht da, nicht da. Wie, bei mir? Ich war halt bei dir, ja. Ja, komm, hey. Also, bei wem jetzt? Ich war halt bei Fred, da war einer in der Nähe. Ja, wollte ich doch sagen. Aber an der anderen Seite war auch einer gewesen. Ja, wenn du jetzt nicht geradeaus weiterläufst, würde das Ding hier drüber... Ja, und dann rechts. Die zweite rechts, genau, die zweite rechts. Ja, wollte ich sagen. Das ist aber auch einer. Ich hab aber... Da haben wir doch auch die Warzen gefunden. Haben wir? Ja. Kann sein, ja. Ja, genau. Und jetzt hier hoch, aber? Ja, es muss... Ich will jetzt aber ein bisschen vorsichtig sein, weil... Ne, was ist denn? Hier ist nichts. Auf die Blaze Shorts nicht, aber auf die anderen Seite. Und dann wieder rechts. Dann seid ihr da. Ich meine, auf die Feier... Ja, auf die hier... Hoch. Ja, hoch. Die hast du doch schon. Die hast du doch schon, glaube ich. Also, es brennt zumindest schon. Ja, da oben. Sind die direkt da? Ne, es ist noch keiniges Mord. Ja, genau, das schaffen wir doch nie im Leben hier oben. Doch, finde ich ganz... Obwohl... Wie soll ich das machen? Wie soll jetzt voll? Ja, halt gut, wenn das eingebaut wäre, wisst ihr, dass sie nicht entfliegen können. Also, ich würde den Zaun jetzt sofort so bauen, dass es quasi ein Raum ist in diesem Ding. Das schaffen wir nicht. Soll ich schießen, oder? Ich würde direkt darauf zurennen, bevor die ihre Feuerbälle schießen. Ja, oder so. Da ist eine. Eins wurde gedroppt, ja. Kannst du laufen? Dann passe ich von hinten mit dem Bogen auf. Werd ich nicht? Ja! Ihr könntet auch... Ja, du hast keinen... Also, wir haben es immer so gemacht, wir haben uns alle da reingestellt. Und dann sofort, wenn die gespawnt sind, draufgeschossen sind. Ja, dann lass uns sofort draufhauen. Aber ihr dürft ja nicht selber schlagen. Ja eben, das kenn ich, dass wir uns selber dann abschießen, das kenn ich. Nein, das ist... Nicht, nicht nein, O2 direkt. Kenn ich. Da kann das... Wir haben die Tränke, es ist doch scheißegal. Wir müssen ja irgendwas machen. Wir können jetzt hier auch noch drei Stunden rumeiern und warten. Richtig. Guck mal hier, das Leben von der anderen ist wieder ein bisschen gesunken. Aber ja gut, ist egal. Ist egal. Ja, und das wird auch sinken wahrscheinlich gleich. Mal gucken. Mal gucken. Was habt ihr denn auf euren Schwertern jetzt drauf als Verzeihung? Ich hab nix drauf. Okay. Ja gut, Firespec bringt bei dir nichts. Ne. Leider nicht. Ey, ich drück mir den Popo nicht raus. Ey, ich sag's dir. Mann! Ja. Da unten, da unten. Achtung, jetzt schießt der gleich. Wow! Jetzt mit dem Bogen kurz wegsnacken. Perfekt. Ich hab mir gar nicht gesehen. Ach, der macht das voll gut. Ohne Wirt, der macht das voll gut. Du hast ihn schon getötet, dachte ich. Hast du so? Ja, hab ich. Wir brauchen... Ich hab zwei Stück. Also... Ich hab einen hinter dir... Alter! 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 Mach keine Scheiße, ey! Mach keine Scheiße! Mach keine Scheiße! Ich hab mich hier erschrocken. Ich wollte schon sofort draufhauen, ey! Alter, was ist hinter mir? Guck mal, ich hab ja auch so ein Sworn-Eye. Guck mal. Du kannst dich einfach mal verpissen. Ja, geh auf jeden Fall da weg, ey. Sonst wird's... Sonst wird's tricky, ey. Noch eine? Hier noch einer. Schön. Zwei sogar. Moment, hier oben noch. Hier ist auch einer, ja, ja. Oh oh, ich brenne. Red, dich schmeiß mal ne Potion auf uns. Hast du das bekommen, ja? Danke. Da ist ein Scheiß-Feuer gewesen. Hier ist ein Feuer. Wunderbar. 14 und 20, wunderbar. Sieht gut aus. Ich hab zwei Stück. Ja, ich hab auch zwei, aber wir brauchen noch ein paar mehr. Weil wir die Ender haben, wir müssen ja welche einsetzen. Zehn Stück. Ne, mehr. Wir müssen die einsetzen und wir müssen die Festung suchen. Genau. Die Festung suchen, da braucht ihr mindestens zwei oder drei. Mehr. Ja, aber du musst ja überlegen, dass wir nicht alle Perlen, die wir werfen, auch verlieren, ne? Genau. Ihr verliert eigentlich gar keine, ja. Ja, komm. Verliert gar keine. Ist so, die erste verliert ihr erst, sobald ihr echt richtig nah dran sind und die zerploppt. Dann verliert ihr eigentlich erst die erste. Ansonsten zerploppen die nicht, oder was? Ne, also fallen die runter auf den Boden wieder. Und dann könnt ihr sie auch sammeln. Ja, okay. Also brauchen wir noch ein bisschen was. Vorbei? Ja, zehn Stück. Ne, wie viel Blaze-Wie viel Blaze-Wie viel Blaze-Wie hast du? Zwei hast du auch, glaub ich. Ne, wir brauchen zehn Blaze-Rot, damit wir ganz sicher 20 Augen machen können, damit wir ein paar Reserven haben, würde ich sagen. Na gut, dann machen wir das so. Hier ist wieder einer. Hinter euch auch, hinter dir. Und über euch. Was? Ja, da oben. Du hast noch zehn Leben, ne? Was? Äh, fünf Leben. Zu Herzen. Vorsicht. Nochmal zwei. Alter. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Lass mal gemeinsam einen Trank schmeißen, Fred. Komm mal hoch hier. Wir kommen neue, äh, drei. Warte, warte, warte. Nicht hoch, nicht hoch, nicht hoch. Lass runter, lass runter, lass runter. Ja, ja, lass runter. Malst du einen, oder soll ich? Mach du. Danke. Ich hab noch drei. Ich hab zwei Stück. Da sind. Alter, auf so hier rumzulaufen, mach nur Scheiß. Mach dich mal uns nicht bei. Ja, sorry. Zwei oder drei Blaze-Dinger. Ja, da sind drei noch. Wollen wir mal probieren? Die kommen runter, die kommen, äh, ja nicht runter, aber die kommen näher. Ja, meinetwegen sollen sie runterkommen, ist doch super. Also, wenn ihr jetzt direkt hoch rennt und jemandem Schwert wegklatscht, also so würd ich's machen, denk ich. Naja, aber du bist doch tot. Hab ich einen erwischt? Naja, jetzt sagst du, wenn du in der Sicht, wo du schon tot bist, sagst du natürlich was ganz anderes, als wären die hier noch ein Überleben am Kämpfen, weißt du? Ja, ja, ne, ich versteh, klar versteh. Nee, schon. Also, kommen wir nicht von der anderen Seite irgendwie noch da rein? Nein. Scheiße, wie lange bleiben die da, bis die despawnen? Die despawnen da nicht, wenn die da rumstehen. Die spawnen nicht mehr. Das sind jetzt auch mittlerweile vier da schon. Und das ist immer mehr Feuer auf der Fläche, also es ist halt tricky. Sollen wir reinrennen? Jetzt ist nur noch einer da, nur noch einer ist da, nur noch einer. Komm, lass hoch, lass hoch, lass hoch, lass hoch, lass hoch, bevor wir da neu kommen. Ich will das Feuer ja ausbauen. Da schießt gleich wieder, jetzt sind wieder drei. Dann lass mit Aero-Spawnern ja auch. Aua, falls dann. Einer direkt getroffen. Nicht witzig. Teil nicht. Okay, wunderbar, ich hab drei Blazerots. Ich hab auch drei. Mal. Mal. Mal.